Wir fahren nicht nur den ersten Flug für Milchstadt Osaka, wir fahren auch den 50. Jahrestag unter Luftfahrt-Route von Deutschland nach Osaka. Wir fahren zuerst mit der Business-Klasse an. Wir machen einen Priority-Body, unsere Starlines-Route-Gäste, Hocke-Zirka-Member, Passagiere mit den letzten Tickets und Passagiere am besten mit den kleinen Kindern. 1, 2, 3. Wunderbar, danke sehr. Wunderbar, danke sehr. Wunderbar, danke sehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020